so herzlich willkommen zu dominations wir werden jetzt ein bisschen im rang aufsteigen also versuche ich zumindest denn mein ziel ist so langsam kupfer ich habe nicht allzu viele truppen muss ich ehrlich sagen nur 35 das ist nicht unbedingt viel werden jetzt trotzdem mal gucken ich nehme wahrscheinlich solche warte fast basen wie die zum beispiel nimm ich einfach mit dankeschön so bekomme ich nämlich 19 wenigstens und natürlich ist ja nicht wie bei clash of clans und dann habe ich ja noch mal weiß also macht das sinn da habe ich immer gewartet gibt es so einem gelenden schatten z measurements los 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 ganz easy Oh, alter, nee. Okay. Drei Gold. Oh mein Gott. Machen wir weiter. Das ist zu stark. 16, das ist mir so ein bisschen zu wenig. Aha. Ja, der hat auf jeden Fall das Spiel verstanden. Sieht man gerade. Hat er sogar. Leider. Naja. Warum machen die immer... Mann, solche komischen Festungen. Das ist, macht keinen Sinn. Und das ist das beste Deutsch, so. Ja, sowas hat man doch immer gern, oder? Ich glaube, den nehme ich jetzt einfach mal mit, oder? Hat sogar ein bisschen Loot hier. Das geht ja immer gar nicht. Ähm. Ja, nehm mal mit. Weg, 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 weg. So, danke schön. Auf alle Fälle erstmal alle, äh... Auf die Hände los. Dankeschön. So, jetzt nur noch zurücklehnen. Ich frag mich, weil ich bin jetzt in dem Spiel natürlich noch nicht so weit fortgeschritten, wie es ist mit diesem, ähm... Zeit, ähm... Stern. Ich mein, wenn du dann so extreme, ähm... Basen hast, wie willst du denn da bitte innerhalb einer Minute, äh, das... Ähm, da... Das Rathaus wegmachen. Oder vor allem so bei, ähm... Weltkrieg dann... Keine Ahnung. Goldgebäude, Alter. Ach, nein, ganz... Ja, ich will auch noch. Jawoll. Was? Ich hab einen verloren, das geht ja gar nicht. So ne Frechheit, Alter. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Von Fischer halten. Ah. Danke, Fisch. So. Weg, weg. Danke. So, wir werden noch einmal angreifen. Und schon... Komm mal, schon haben wir halt bald, ähm... Du bist jetzt 35 Truppen. Alter, was denn das? Ich hab ein Tor gebaut. Alter. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wieso sind das nur noch so wenig, äh... Erfahrungs-Sachen? Kacke, ich glaub... Ich hätte den angreifen müssen. Glaub ich. Na, der ist mir zu stark. Auch wenn der WTF-Mauern hat, aber... Egal. Ach, übrigens, ich bin Deutscher, falls... Das noch... Niemand. Ne, das... Mir zu... Das sind mir zu viele Gebäude. Ich find Deutsche ganz gut. Auch wenn ich jetzt grad die Boni da von denen vergessen hab, aber... Ja. Ne. Das ist doch mal wieder so eine Base... So eine Base. Ne, Basis leck mich. So. So, und weil wir den nicht warten wollen, machen wir einfach alles jetzt. Jetzt einfach alles. Dankeschön. Boah, alter, richtig krass, ey, Hundertwitz. Stadtzentrum. Ja, das... Das dauert halt ein bisschen. Tut mir leid. Ich warte, bis der Feuertruf... Ich warte, bis der Feuertruf... Aha. Ach du Scheiß. Alter. Dankeschön. Dankeschön. So. Wir werden nochmal einen ausbilden. Einen Randalen. Und dann werden wir einen Siegstern... Bonus abholen. Was nehmen wir Gold, oder? Gold. Ganz klar Gold. Weil ich will natürlich jetzt in die Antike, aber dafür brauchen wir 100.000. So. Und ich denke mal... Also das ist jetzt meine Base. Könnt ihr nochmal angucken. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.